Willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich hier nehmen muss? Das hängt zum guten Teil davon ab, wohin du gehen willst. Es kommt mir nicht darauf an, wohin. Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst, wenn ich nur irgendwo hinkomme. Und das wärst du ganz gewiss, wenn du nur langer Günden gehst. Trink! Trink mich, trink mich, hinunter, hinunter, hinunter. Isst mich, isst mich, isst mich, trink mich. Trink mich, was für ein komisches Gefühl. Ich gehe gewiss, such wie ein Teleskop. Es könnte damit aufhören, dass ich ganz ausginge wie ein Licht. Und mich wundern, wie ich dann aussehe. still, das nützt es so zu weinen. Ich rate dir, den Augenblick aufzuhören. Aber jetzt hilft es nicht zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre. Ach, es ist ja kaum genug von mir übrig, zu einer anständigen Person. Ich rate dir, den Augenblick aufzuhören. Trink mich, trink mich, trink mich, trink mich, trink mich, trink mich. Isst mich, trink mich, trink mich, trink mich. Trink mich, 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 tr Untertitelung des ZDF, 2020